Dann los geht's. Hallo lieber Robert, schön, dass du hier bist im Goldene-Zeiten-Podcast. Ja, grüßt euch alle, ihr wundervollen Zuhörer und danke, liebe Lena, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine große Ehre, ich freue mich auf einen wundervollen Talk und viel Mehrwert zu kreieren. Ja, du siehst es in meinem Gesicht, ich freue mich auch sehr und bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das wird sich gleich legen. Deswegen, lass uns mal anfangen mit ein paar Einstiegsfragen, die ich für dich mitgebracht habe. Davon ist die erste, was sind deine wichtigsten Werte, Robert? Ich dachte schon, du fragst mich auch, ob ich auch aufgeregt bin, weil ich bin nicht auch ein bisschen, Lena. Du darfst auch gerne auf diese ungestellte Frage antworten. Also meine wichtigsten Werte möchtest du wissen, ja? Ja, das Thema Wertschätzung. Also für mich ist Wertschätzung für mich selber, Eigenliebe und auch für andere Menschen tatsächlich am allerwichtigsten. Und Zuverlässigkeit, Vertrauen, das sind so die Dinge, die ich sehr, sehr oft an den Tag lege, was für mich dieses Thema bedeutet, um die Frage so zu beantworten. Ja, schön. Ich finde, diesen Wert merkt man bei dir auch sehr, sehr deutlich, wenn man dein Buch liest oder eine Insta-Story von dir schaut oder so. Dieses Thema Wertschätzung, das schwingt irgendwie immer ein bisschen mit und auch wie wir dieses Interview vereinbart haben, wie wir auf Insta miteinander geschrieben haben und so weiter. Also du hast diesen Wert nicht nur, sondern du verkörperst ihn auch und das ist ja immer so ein bisschen das Ziel hinter dem Thema Werte, glaube ich. Vielen Dank. Und deswegen habe ich auch bei dir sofort Ja gesagt, weil bei dir merkt man es sehr, weil man hat heutzutage nicht, es gibt nicht so viele Leute mehr. Social Media hat auch viele negative Energien oder viele Nebenwirkungen an negativer Schwingung. Und ich treffe tatsächlich nicht so viele Leute, die mir so wertschätzend begegnen. Das möchte ich nochmal betonen. Das ist mir das Thema sehr wichtig. Ja, schön. Danke dir für dieses Kompliment. Zweite Einstiegsfrage und dann starten wir auch in unser Hauptthema von heute, Erfolg. Aber was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Nicht fehlen. Also ich muss ehrlich sagen, für mich gibt es so gut wie nie einen perfekten Tag. Also das Leben ist echt nicht perfekt, ja. Aber es ist trotzdem perfekt, so wie es ist. Also für mich ist immer sehr wichtig am Tag, um dir die Frage zu zweiteln, ich möchte viel Energie haben aus mir selbst heraus. Und wenn ich viel Energie habe, dann bin ich super in meinem Bewusstsein verankert, bin sehr stark im Herzen, habe ein starkes Mitgefühl zu mir selber und weiß vor allem das Wichtigste, meinen nächsten Lebensschritt zu gehen. Ja, das ist für mich das Wichtigste am Tag, dass ich dieses Lebensgefühl vom Bewusstsein immer so hoch halte, dass ich A, so wenig Menschen wie möglich brauche, ja, um meinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Ja, wie damals sei es, ich schreibe jetzt ein Buch, das war ja ein Gefühl vorher da oder es ist dadurch entstanden, ja, durch ein gewisses Momentum. Und was ich aber nicht vergessen darf, ist, ich kann auch hohe Energie haben und habe auch öfters mal einen schlechten Tag. Weil auch an schlechten Tagen, ja, deswegen gibt es nichts Perfektes, ist der schlechte Tag vielleicht genau der perfekteste, weil an schlechten Tagen findet aus meiner Erfahrung seit den letzten 16 Jahren die meiste Entwicklung statt. Von daher ist das auch wieder perfekt, ja. So möchte ich das gerne beantworten für die Zuhörer. Ja, weil von mir gibt es immer ein paar andere Einblicke des Lebens. Ja, ja, wunderbar, sehr, sehr wertvoll. Du hast gesagt, du möchtest immer dieses Lebensgefühl von Bewusstsein haben und diese hohe Energie. Was gibt dir diese hohe Energie? Wie kreierst du die für dich? Also ich persönlich am meisten durch wirklich stille Meditation und meine Freundin, ja, mit der ich auch zusammen seit fünf Jahren reisen darf in diesem Leben, wo wir auch zusammen das erste Zentrum Bustel-Reform gegründet haben, als Mentoren zusammenarbeiten. Das hat sich alles auf der Reise erst ergeben, ja. Und, ja, ab und zu habe ich auch immer wieder mal einen Mentor an meiner Seite, weil ich auch wieder merke, Mensch, das geht immer noch einen Schritt weiter. Nicht jetzt höher, schneller, besser. Aber es geht immer noch einen Schritt tiefer. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich alleine nicht weiter weiß, das ist immer dasselbe Problem, du schaffst es nicht alleine. Ich suche mir denn jemanden, der da ist, wo ich gerne hin möchte, aber auch vom Gefühl, ja. Weil der gibt mir etwas vom Gefühl, wo ich merke, okay, da gibt es für mich was zu integrieren. Was Neues, was Unbekanntes. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht, derjenige, aber ich muss zu dem hin. Und wenn ich denn da bin, dann weiß ich, okay, das hat mir irgendwie noch gefehlt, aber es hat mir nichts gefehlt, weil ich bin ja kein Fehler, sondern ich möchte mich entwickeln, ja. Ja, also das ist alles, alles von dem, von dem, was ich rede, ist mir ganz wichtig zu sagen an alle Zuhörer, ihr könnt euch mal einen Kalender eintragen, weil dieses Interview ist, das kann viel verändern, wenn du hinter die Kulissen fühlst. Und wenn du an einem schlechten Tag das Interview guckst, dann hörst du jetzt zweimal hintereinander an, weil du wirst in der zweiten Folge, obwohl wir dasselbe sagen und du dasselbe hörst, wirst du etwas anderes für dich mitnehmen. Du wirst dich an eine Situation erinnern, die dich genau in dem Moment weiterbringt, weil wir sind auch alle nur Menschen, ja. Also hör dir das Interview auch in vier Wochen nochmal an, dann hörst du es nochmal in einem anderen Bewusstsein, weil, Lena, bei mir ist es so, sobald ich mich mit jemandem unterhalte, fließt Energie. Wir haben eine sehr starke Wirkung mittlerweile im Mentoring-Bereich. Es fließt sofort Energie. Manche Menschen fühlen sich super getriggert von mir, nur weil ich da bin. Aber es kommt was hoch, was geheilt werden möchte, ja. Und deswegen bitte ich die Zuhörer, hör euch das mehrmals an, das Interview. Weil da bewegt sich was. Ja, auf jeden Fall. Gerade, wir sind ja noch nicht mal richtig ins Thema eingestiegen, aber gerade jetzt und in den folgenden Minuten wird sich was bewegen, da bin ich mir sehr sicher. Wir haben ja so ein bisschen besprochen, dass wir über das Thema Erfolg sprechen möchten, vor allem über deinen ganz persönlichen Erfolgsweg. Und ich würde gerne da mit der Frage einsteigen, was denkst du hat dich bisher erfolgreich gemacht? Und vielleicht kannst du das sogar auf die drei essentiellen, wichtigen Dinge reduzieren, die wirklich für deinen Erfolg entscheidend waren. Ich weiß, das ist eine herausfordernde Frage, da wirklich nur drei Dinge zu nennen, aber ich bin mir sicher, du kriegst das hin. Nee, ist es nicht, weil es gibt nur drei Dinge. Okay. Das ist so, deswegen sage ich, du bist da schon wirklich einzigartig mit deinem Podcast. Das ist sehr schön. Hat mir auch so noch nie jemand hier gestellt, die war schon in sehr vielen Podcasts. Aber es gibt nur drei Dinge. Und dafür sträuben sich die meisten Menschen, da hinzuschauen. Ja. Ja, weil es gibt nur Körper, Geist und Seele. Und das muss in Einklang sein. Und wenn das nicht in Einklang ist, von allen drei Ebenen, dann wirst du keinen Erfolg im Außen haben. Ja. Und jetzt schrägert sich wieder was bei dem Zuhörer oder bei dir oder bei mir auch. Jetzt denken vielleicht viele nur an Geld. Jetzt denken vielleicht viele nur, oh Gott, ich brauche ganz viel Follower. Oder, oh Gott, ich muss das und das erreichen. Ja. Nein. Es geht, Erfolg ist das Einfachste, was du dir kreieren kannst. Ja. Erfolg fängt bei dir zu Hause an. Ja. Bei deiner Eigenliebe zu dir selbst, dass du zufrieden bist mit dem, was jetzt gerade ist. Und das spielt keine Rolle, ob du gerade Minus auf dem Konto hast oder Plus. Ja, aber es gibt genug Beispiele, dass reiche Menschen echt unglücklich sind, obwohl sie im Außen alles haben. Deswegen fängt Erfolg immer im Inneren an. Es gibt nur die drei Säulen, Körper, Geist und Seele. Und davor haben die meisten Menschen Angst, weil das Leben verändert sich, wenn du da tief eintauchst. Ja. Alles, was du im Außen kreiert hast, und zwar alles, sei es Krankheiten, dein Bankkonto, dein Job, deine Beziehung, hast du aus dir innen kreiert. Auch das werden die meisten Zuhörer ja gar nicht verstehen. Ich gehe auch sowieso davon aus, dass die meisten Zuhörer gar nicht bis zu Ende schauen, weil es jetzt schon so viel triggert. Weil es kommt ja auch Schuld hoch, wenn man mit solchen Sätzen in Kontakt kommt. Dass alles, was in dir ist, ist auch im Außen sichtbar. Alles, was du im Außen kreiert hast, ist dein innerer Spiegel. Ja. Ja. So. Und da tief zu gehen, das trauen sich die wenigsten. Ja. Die wenigsten. Und ich habe noch einen wichtigen Tipp. Die meisten Erfolgreichen haben eine Sache gemeinsam. Es ist immer derselbe Ablauf. Und ich rede jetzt hier, ich sage mal, von der Szene, wo wir uns ein bisschen bewegen. Ja. Vielleicht Christian Bischof, Tobi Beck. Ja. Ich war letztes Jahr auch bei Tobi Beck in seinem Podcast. Und alle haben eine Sache gemeinsam. Auch Laura Seiler oder Bahai Helmers und so. Schau dir die Energie an. Schau dir an, wie die mit Erfolg umgehen. Ja. Die sind alle Multimillionär geworden. Alle. Guck dir an, wie sie leben. Beobachte einfach mal, wie oft werden die krank. Wie oft sind die unzufrieden. Wie oft sind die unglücklich. Du siehst das fast gar nicht. Aber sie sind es trotzdem. Sie reden trotzdem offen über ihre Schwächen. Weil es ist stark, über seine Schwächen zu reden. Es ist stark, sich nackig zu machen. Deswegen gibt es nur Körper, Geist und Seele. Und da tief genug an sich arbeiten, im Inneren. Wenn du das tust, dann kann nur im Außen eine Sache, das ist wie Mathematik, eins und eins ist zwei. Ja. Körper, Geist und Seele so tief wie möglich in dir, an dich, alles aus dir herausgeholt und erarbeitet, kann nur ein Ergebnis zur Folge haben. Mehr Glückseligkeit, mehr Glück und Erfolg im Außen. Und da Geld auch nur Energie ist, wird auch das mehr fließen, weil es bleibt nichts anderes übrig. Weil Geld folgt ja Freude. Geld folgt ja Gesundheit, dem Glück und so weiter und so weiter. Das ist so meine Antwort auf diese wundervolle Frage, liebe Lena. Ja, du hast zwar gesagt, es gibt drei Dinge, aber so wie du es gerade erklärt hast, ist es im Prinzip auch nur eine Sache. Und zwar Energie. Richtig. Energie auf körperlicher, geistlicher, seelischer Ebene. Also du kannst auch Energie, also du kannst auch drei Sachen machen, so wie ich es für mich auch sehr, sehr stark gelernt habe. Energie ist gleich die Informationen ist gleich Bewusstsein, ja. Ja, Energie erhöhen, dann wirst du andere Informationen in deinem Zellensystem, in deinem Gehirn auf einmal kreieren. Du wirst andere Ideen haben, du wirst kreativer sein und dadurch, wenn du diese Kreativität, die sich durch die Energieerhöhung erzeugt und zeigt, wirst du dadurch ein anderes Bewusstsein haben. ja, ich gebe dir, ich gebe dir mal ein ganz wichtiges Beispiel, weil Lebensbeispiel und Lebenserfahrung ist immer am wichtigsten. Ich bin früher vegan geworden, weil ich musste, weil ich so viele Allergien hatte, dass ich nur noch einen Apfel essen konnte. Ich musste das tun und 2010 habe ich mich entschieden, alles hinter mir zu lassen und wirklich loszulassen. Ja, das soll auf jeden Fall keiner nachmachen, weil heute haben wir es leichter als vor zwölf Jahren, das ist so, wir haben eine andere Energie auf der Erde und deswegen geht das schneller und leichter alles. Ja, und als ich die fünf Jahre in dem spirituellen Zentrum gelebt habe, das ist mir im zweiten Jahr eine Sache aufgefallen, da war ich schon im dritten Jahr vegan. Es geht gar nicht um vegan. Da ist mir nach einer ganz starken Meditation, die wir in den Seminaren dort gemacht haben, die ich auch mit begleiten durfte, weil ich ja nicht mehr Teilnehmer war, da ist mir eine Sache bewusst geworden, vom Gefühl, vom Bewusstsein. Es geht nicht um deinen Körper, Robert, es geht doch nicht immer nur um dich, es geht doch um die Erde, um die Nachhaltigkeit, um die Tiere. Ja, unser größtes Zuhause ist die Erde und wenn du das fühlst, weil du musst wissen, liebe Lena, ich konnte zu dem Zeitpunkt wieder alles essen, weil ich hatte keine Allergien mehr, aber dann kam das Bewusstsein und hat einfach ein Gefühl hier erweckt, was unumstößlich bis heute anhält, was nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern es ist ein Gefühl und es hat mit dem Bewusstsein zu tun, dieses Mitgefühl mit den Tieren, mit der Erde, die Liebe dazu. Wenn du das so fühlst, dann kannst du dich entweder nur noch vegan ernähren oder du bist wenigstens ehrlich genug zu dir und sagst, hey, mir ist das egal, ich fühle es, aber es ist mir egal. Dann ist das wenigstens ehrlich, es muss ehrlich sein, die Absicht, weißt du. Und deswegen, ja, wundervolle Einstiegsfrage, liebe Lena, wirklich sehr schön. Gerne. Du hast vorhin das Thema Selbstverantwortung angesprochen und ich würde gerne nochmal darauf eingehen, weil mich ganz besonders interessiert, wo du die Grenze ziehst zwischen, okay, das ist etwas, was ich wirklich selbst zu verantworten habe, woran ich im positiven oder negativen Sinne selbst dran schuld bin und wo vielleicht auch etwas ist, was mir das Leben gerade schenkt, womit ich umgehen lernen darf. Du hast ja auch eine sehr bewegende Geschichte, ging ja schon bei dir bei deiner Geburt los, dass du Fruchtwasser geschluckt hast mit dem rechten gelähmten Arm und so weiter. Ist das was für dich, wo du sagst, ja, Selbstverantwortung und so, war ich selbst dran schuld? Ich würde jetzt erstmal denken, nee, sondern es war vielleicht eher Zweiteres. Wo ist da für dich die Grenze und wie kann man da auch für sich eine Unterscheidung treffen? Also, in dem obersten Bewusstsein ist es immer wichtig, dass wir nie vergessen, wir leben in einem Universum auf der Erde und wer hat die Erde erfunden? Vielleicht gab es mal einen Urknall, vielleicht gab es auch was anderes vor, aber Milliarden von Jahren. Aber es muss etwas gewesen sein, was im Universum stattgefunden hat. Weißt du, weil es gibt immer noch Menschen heutzutage und davon geht auch aus, dass hier ein paar Zuhörer sind, die nur Dinge glauben, die sie sehen und anfassen können. Aber es ist das Universum und das Universum hat gewisse Gesetze und wir leben in einem Universum, aber wir leben auf der Erde und deswegen gibt es Gesetze vom Universum, die anzuwenden sind und das eine Gesetz vom Universum ist, es gibt keine Schuld, das ist eine Illusion. Aber wir, weißt ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Wir lernen in der Schule nicht oder im Arbeitsleben, im Studium oder in der Berufsausbildung. Wenn du nicht jetzt zufällig bei Laura Seiler eine Ausbildung machst, dann lernst du schon ein paar andere Dinge, falls sie sowas anbieten sollte, aus Spaß gesagt natürlich oder bei mir oder so. Aber du lernst das nicht. Die Gesellschaft ist auf Ungerechtigkeiten aufgebaut. Banken, Schulsysteme sind auf Schuld aufgebaut. Es ist so leicht, die Verantwortung abzugeben und jemandem die Schuld zu geben, aber Hauptsache, man muss nicht bei sich hinschauen. Und es gibt immer mal Pech und Glück, aber wenn Menschen ganz viel Glück im Leben haben, kann es doch was mit Können zu tun haben. Wenn Menschen ganz viel Pech im Leben haben, könnte es auch sein, dass es was mit Karma zu tun hat. Ja? Und deshalb haben viele Menschen auch immer mal wieder mal Pech und mal Glück, weil das Leben ist polar und dual zugleich. Du hast immer mal gute Tage, mal schlechte Tage, aber wir vergessen zwei Sachen. Das Leben möchte, dass du dich entwickelst und zwar jeden Tag. Tag und deswegen schickt es dir Prüfungen. Weißt du, ich könnte mich mein Leben lang ärgern bis zum Lebensende und dieser Ärztin, die damals zu DDR-Zeiten, der könnte ich immer bis heute noch die Schuld geben. Wahrscheinlich lebt die nicht mehr, da würde ich ihrem Grabe noch die Schuld geben. Weißt du, die lebt gar nicht mehr. Ich könnte immer auf sie projizieren, meine Unzufriedenheit, meine Ängste, meine Schuld oder so, die ja gar nicht da ist, die kommt ja aus dem Verstand, die könnte ich immer projizieren, weil diese Ärztin ist angeblich dafür verantwortlich, dass ich so eine Geburt hatte, weil ich war kerngesund im Mutterbauch, sonst hätte ich nicht diese Geburt überlebt, weil es geht nicht, so eine Geburt zu überleben. Es ist absolut nicht möglich, wenn du nicht kerngesund im Mutterbauch bist und eine gute Genetik von deinem Papa geerbt hast. Das habe ich. Du kannst sowas nicht überleben. Ich könnte immer ihr die Schuld geben, weil sie hat die Entscheidung getroffen, einen Tag vor der Geburt. Es gibt keinen Kaiserschnitt, Frau Löchelt. Es gibt es nicht. Er wird sich schon drehen. Er ist jetzt zwar so, aber es ist nicht passiert. Aber guck mal, liebe Lena, wenn ich diese Geburt nicht gehabt hätte und daraus diese vielen körperlichen Probleme über die Jahre, wäre ich niemals so tief an die Wahrheit des Lebens gekommen, so tief an mir selbst. Es würde kein Buch für mich geben. Ich wäre kein guter Mentor geworden. Es würde kein erstes Online-Bewusstseinszentrum geben. Ich hätte nicht Leute wie Veit Lindau, Rüdiger Dahlke persönlich kennengelernt und mit den Livestreams gehabt. Ich hätte keine Heilungserfahrung gemacht, was ich heute weitergeben kann. Ich hätte diese Wahrheit des Lebens nie erkannt, weißt du, weil ich hätte sehr oberflächlich gelebt. Deswegen, was ist Pech und Glück? Alles hat einen Grund, warum alles im Leben passiert. Man sieht aber dieses sogenannte Pech erst viel später, dass das eigentlich richtiges Glück war. Und ich bin dankbar heute, weil ich es wirklich fühle. Ich verdränge das auch nicht. Ich bin dankbar, dass diese Geburt hat stattgefunden, weil ich habe es dadurch viel leichter im hohen Alter. Weil wir vergessen den allerwichtigsten Wert, ich nenne es jetzt mal Wert, unsere Lebenszeit ist irgendwann mal vorbei. Und da ich weiß, ich hatte mal eine Nahtoderfahrung, da ich weiß, was hochkommt und wie man sich fühlt. Und glaub mir, das ist mit Abstand das Grausamste, weil da wird dir alles innerhalb von wenigen Sekunden so bewusst, dass man einfach nie richtig gelebt hat, dass man sich so viele Dinge im Leben nicht getraut hat, dass man vielleicht mal zu Hause geblieben ist aufgrund von Wut, von Unzufriedenheit, sich mit dem nicht getroffen hat oder nicht mal über seinen Schatten gesprungen ist, weil es gibt noch mehr da draußen als das, was ein aktueller Bewusstseinszustand ist. Und das ist so wichtig, dass wir das vergessen. Es gibt eine Lebenszeit, die wirklich zu leben ist. Das ist das Wichtigste und das hat mit Erfolg zu tun. Und Reichtum und Geld ist ein Nebenprodukt, was dem der Entwicklung folgt. Es ist wirklich so. Der Bewusstseinsweg ist so, du kreierst in dir dein Reichtum und dann wird dir der Reichtum im Außen folgen. Weil es bleibt nichts anderes übrig. Oder kannst du dir erklären, liebe Lena, wie ich mit einer Instagram-Frage außen nichts den Ullstein Verlag, einer der größten Verleger in Deutschland bekommen habe, mit einer Instagram-Frage, wo die meisten Menschen monatelang nach einem Verlag suchen viel mehr Reichweite haben, viel bekannter sind. Ich habe eine Frage gestellt, weil der Moment war da. Die Energie war da, dass sich was verändert. Und wenn du darauf hörst, dann machst du Dinge, die du vielleicht vom Verstand nicht machen möchtest. Weil glaub mir, ich mag wirklich nicht lesen. Ich mag auch keine Bücher. Aber hier drin hat es geschrien, ey, es ist ja Zeit, deine Geschichte in die Welt zu tragen, für die Menschen. Und sich mal noch nackig noch mehr nackig zu machen, als ohnehin schon. Und das macht frei, weißt du? Und das ist mir wichtig, dass die Menschen das erkennen. Deswegen ist mir so wichtig, ich merke jetzt schon, lieber Zuhörer, wenn du bis hierhin schon zugehört hast, hör es morgen nochmal an. Und übermorgen nochmal. Das ist eine super Folge. Und hier fließt was für dich. Und wenn du bis hierhin schon gehört hast, dann bist du einer von denjenigen, die wirklich mehr vom Leben wollen. Ja. Voll schön, wie du das beschrieben hast. Und vor allem auch so dieses Ding von, wie nah Glück und Pech manchmal beieinander liegen können. Ich verwende da ganz gern den Satz, oder man kann es auch Affirmationen nennen, nichts ist so schlecht, dass nicht auch was Gutes dran ist. Oh, sehr schön. Daran habe ich mich beispielsweise auch immer wieder nach meinem Kreuzbandriss erinnert, als meine Volleyball-Karriere auf einmal von heute auf morgen vorbei war, mein Leben gefühlt untergegangen ist. Es hat sich wirklich wie mein persönlicher Weltuntergang angefühlt. Ja. Aber daraus ist ganz, ganz viel entstanden. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll um dich gehen. Und wenn wir über das Thema Erfolg sprechen, dann ist ja auch, kommt ja auch immer so diese Sinnfrage hoch. Deswegen die Frage an dich, wie hast du deine Bestimmung gefunden? Weißt du, Lena, dein Beispiel ist genau wichtig für diese Frage. Weil ich finde, du hast eine ganz besondere Energie und da darf sich jeder Zuhörer mal wirklich ein Beispiel an dir nehmen. Ich bin mir ganz sicher, wenn dieser Kreuzbandriss nicht gewesen wäre, hätten wir uns nicht kennengelernt. Ja, dann gibt es keinen Podcast, definitiv. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Vom Gefühl würde es den Podcast nicht geben. Ja, weil du hast da von dieser vielen Ablenkung an äußeren Reisen, die ganz wichtig ist, weil wir leben auf der Erde, um ganz viel im Außen zu erschaffen. Und irgendwann kriegen wir mit, es geht doch um unsere innere Welt. Ich sage es nochmal, wie viele reiche, erfolgreiche Menschen gibt es, die vielleicht mit 50, 60, 70 Krebs kriegen, aber Millionen auf dem Konto haben. Wie viele erfolgreiche Menschen gibt es, gerade im Musikerbereich, wo wir immer wieder mal hören, nach Jahren, wieder ein drogensüchtiger, großer, erfolgreicher Musiker, obwohl der das nun wirklich im Außen nicht nötig hat. Millionen auf dem Konto, Millionen von Fans auf Social Media, Amy Winehouse, 10.000, 20.000 Leute gucken ihnen auf der Bühne zu. Aber es ist trotzdem alles außen, irgendwann, wenn du zu viel davon machst, wenn du nicht fit genug bist von Geburt an. Es gibt ja immer wieder diese Menschen, die sind von Geburt an innerlich stark. Aber du weißt doch nicht, was sie vielleicht im Vorleben gemacht haben, wenn es eins gibt. Weißt du, es gibt immer eine weiterführende Reise, die Seele wird schon weiterreisen. Und glaub mir, je mehr du dich entwickelst, wenn die Seele weiterreist, dein Körper bleibt schon übrig, aber du hast es immer leichter danach. Und deswegen bestätigt es wieder, warum ich deine Anfrage angenommen habe. Du hast eine ganz besondere Energie. Wie mir ganz sicher, du hast eine ganz besondere innere Reise auch die letzten Jahre gemacht. Und dadurch hast du jetzt eine andere Energie. Und was ist das Ergebnis davon? dein Podcast, ja? Deswegen hören da auch so viele Leute dein Podcast. Weil sie merken, ey, die ist anders, die liebe Lena. Die hat was an sich, ja, aber das hat mit angefangen, als der Kreuzbandriss stattgefunden hat. Es sollen einfach neue seelische Erfahrungen da sein. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage. Weißt du, es gibt ein, ich bin, glaube ich, also, so was ich beobachte, bin ich so gut wie der Einzige, der das Wort Seelenplan immer in den Mund nimmt. Ja, ich höre keinen von den großen Leuten, dass darüber mal gesprochen wird oder über Karma oder so, ja? Über das, was du so reingibst, kriegst du auch zurück. Aber es gibt auch einen Seelenplan. Weißt du, warum das stimmt, was ich sage? Weil sonst würde jeder in Social Media bei dem hochwertigen Content, der heute ist, es gibt so viel Content, du kannst dich ja dumm und dusselig da hören und anschauen. So was gab es ja alles vor 15 Jahren nicht, als ich meine Reise angefangen habe. Und guck mal, es gibt so viel Content und gleichzeitig gibt es immer mehr kranke Menschen, immer mehr Burnout-Menschen, immer mehr arme Menschen, obwohl so viel Content für Fülle da ist, wo du nur umsetzen musst, aber es funktioniert trotzdem nicht. Es ist nicht für jeden alles bestimmt. Du kannst aber trotzdem dir alles möglich machen. aber es geht um Entwicklung, ja. Und diesem Gefühl, dem folgen viele nicht. Dieser Input, der irgendwann mal kommt, wenn du den selber nicht mitkriegst, dann kommt vielleicht ein Kreuzbandriss und dann kommt ein Input von innen, weil dann liegst du im Bett und weißt nicht mehr weiter. Stellst dir aber zum ersten mal eine Sinnfrage vielleicht, was soll ich denn jetzt machen? Gibt es vielleicht noch mehr als Volleyball da draußen? Ja, natürlich gibt es da noch viel mehr, vor allem viel, viel noch wundervollere Gefühle und glaub mir, liebe Lena, ich weiß ja, was du damit meinst, weil ich konnte zehn Jahre nicht Fußball spielen aufgrund meiner Krankheiten und weißt du, wann ich wieder Fußball spielen konnte? Als ich es nicht mehr brauchte und auf einmal war die Energie dafür da und auf einmal hat das Universum Folgendes gemacht, das war so 2015, es kam auf mich zu, es hat gefragt, ey Robert, du wohnst jetzt nicht mehr im Zentrum, hast du Bock mal in der Halle Fußball zu spielen? Und dann ging es nur noch so her, ich habe jetzt zittert, ich habe Angst gehabt, weil ich dachte, wenn ich das, wenn ich da mit meinem Körper jetzt übertreibe, dann kriege ich alles wieder wie vorher. Und es war genau das Gegenteil, ich habe mich gewagt, aber jetzt deswegen, lieber Zuhörer, wie viel wagst du, wagst du dir in deinem Leben, mal deine Grenzen anzutippen, über deine emotionalen Grenzen, weil mein Körper war fit genug, ich habe es nur nicht gefühlt, weil die Angst noch so da war aufgrund der Erfahrung. Probier immer wieder mal, deine Grenzen zu testen und neuen Impulsen zu folgen und wenn du die Impulse nicht fühlst, dann wirst du sie heute in einem halben Jahr vielleicht fühlen. Oder das Universum wird schon dafür sorgen, dass du andere Impulse bekommst und es muss kein Kreuzbandes sein, es muss keine Krankheit sein, es kann auch was anderes sein. Es kann sein, dass du ganz alleine bist, es kann sein, dass du vielleicht, wenn du eine Beziehung führen möchtest, dass du vielleicht immer an die Männer gerätst, die dich verarschen oder als Mann gerätst du immer an die Frauen, die vielleicht auch nur, als verrücktes Beispiel, mal das eine wollen, oder sie wollen nur dein Geld, weißt du so, sowas. Aber wo ist dieser eine Seelenpartner, der dich glücklich macht, wo ist der? Und dann suchst du danach und du wirst wahnsinnig und da ist Druck mit bei und Erwartung mit bei und da ist keine Leichtigkeit mit bei. Wenn du mal eine innere Reise machst über einen gewissen Zeitraum, wird es auf einmal da sein, aber du brauchst es nicht mehr. Das ist eine große innere Entwicklung über viele Jahre. Wir haben eins verlernt in unserem Leben, wirklich auf unser Herzgefühl zu hören, aber es ist nie kaputt, es ist auch nie gelöscht und es gibt Menschen, die fühlen mehr, es gibt Menschen, die fühlen weniger, aber das Fühlen kann wieder mehr aktiviert werden. Und da bitte ich die Menschen, wieder mehr auf ihr Herz zu hören, weil das ist das Einzige, was dein Weg wirklich weiß. Das ist das Einzige, worum es geht. Und natürlich klingt das so leicht, ja, es klingt so leicht, weil das Herz sagt oft ganz, ganz andere Dinge, als was wir irgendwelche Wunschvorstellungen in unserem Kopf haben, ja, weil ich sage es nochmal, alles, was ich heute mache, wirklich alles, wollte ich nicht. Alles. Es gab bei mir aber immer ein Problem, wenn ich es nicht gemacht habe, bin ich krank geworden. Das war bei mir ein bisschen härter alles, ja. Deswegen bin ich froh, dass mein Körper mir ziemlich knallhart alles spiegelt und es geht bei der Familie übrigens so weiter, im Business, in Beziehung, selbst mit dir im Podcast, was denkst du, wie viele Leute ich schon abgesagt habe, weil ich sofort gemerkt habe, ey, nee, die Energie, die stimmt nicht, weil ich einfach fühle, der will mich nur ausnutzen oder so. Ja, ich achte darauf sehr, doch ich bin sehr, sehr fühlig und deswegen haben Menschen, die mittlerweile zu uns kommen, weil wir, Mannja und ich haben eine sehr starke Entwicklung genommen und deswegen haben Menschen, die zu uns kommen, eine Abkürzung, die sie erfahren können. Ja, du kannst tausende Podcasts konsumieren, du kannst tausende günstige Online-Kurse machen, das ist alles wunderbar und du kannst aber einmal für dich eine richtige 1 zu 1 Reise antreten, die alles abkürzt und das ist für mich der wichtigste Punkt, den die meisten unterschätzen, weil da musst du dich echt nackig machen, da darfst du echt investieren, ja, und das trauen sich die meisten Menschen nicht, wundern sich aber gleichzeitig, warum äußere Ergebnisse nicht kommen. Weißt du, wie viele Menschen bei mir waren, liebe Lena, weil das ist der Punkt, weißt du, wie viele Menschen bei mir schon waren, die, wo ich nur ein, zwei Fragen gestellt habe und auf einmal hat sich alles gelöst über die letzten Jahre, wo die aber meinten, ja, Laura Seiler ist meine Mentorin, ich so, ach, da Laura Seiler ist deine Mentorin, ja, wie viele 1 zu 1 Calls hast du denn gehabt bei ihr? Na, nicht eins, ich höre immer ihren Podcast und wie lange schon? Na, drei Jahre schon und haben sich all deine Probleme dadurch gelöst? Nein, nicht eins, aber es fühlt sich gut an. Das ist schade, also, weißt du, es ist gut, dass es das gibt, deswegen sage ich ja, Social Media hat immer gute und andere gute Seiten, aber es ist gut, dass es das gibt, aber eins steht fest, ich habe immer nur, weil das fragen mich ja viele, Robert, wie hast du das und das geschafft? Ja, ich habe bis heute sage und schreibe über 200.000 Euro in meine Entwicklung investiert, deshalb bin ich da, wo ich bin und zwar bei den Mentoren, die wissen was von Energie, die wissen, wie man, wie man übers Bewusstsein alles erschafft. Weißt du, liebe Lena, es gibt noch einen wichtigen Grund, das werden auch viele Menschen immer mehr bestätigen oder auch erfahren, du kannst im Außen auch ganz viel erschaffen, du kannst Millionen auf dem Konto haben oder du kannst den Investor besorgen, der dich unterstützt bei deiner Reise, du kannst die tollsten Facebook-Ads raussenden, aber wenn du das nicht fühlst, kann es sein, dass du immer eine Leere irgendwann fühlst, immer ein Unglücklichsein fühlst, weil du vielleicht auch die Menschen anziehst, die du gar nicht anziehen willst, aufgrund von irgendeiner online verkopften Strategie, anstatt mit deiner eigenen Energie so rauszugehen und auch mal Wunder möglich zuzulassen und einfach mal auch das Universum wirken zu lassen. Ich kann dir nur sagen, lieber Zuhörer, wenn du anfängst, auf deine Gefühle zu hören, das ist wie ein Muskeltraining und wie leicht ist es, lieber dreimal die Woche Fußball zu spielen oder Kraftsport zu machen und Muskeln aufzubauen oder Volleyball zu spielen, ja, wie leicht ist das, ja, so eine Routine da zu machen und wie schwer ist es, weil da muss man ja hinschauen, wie schwer ist es, auf seine spirituellen Egomuster zu schauen oder seine Egomuster allgemein zu schauen, auf seine Ängste zu schauen, auf seinen Selbstwert zu schauen, wie schwer ist das, ne, aber da findet die meiste Entwicklung statt, weil es gibt ein Gesetz vom Universum, was die meisten vergessen, 90% von dem, was du erschaffst, egal ob Gesundheit, Glück oder ein Business, bestimmt deinen Geist, deswegen ist die geistige Arbeit am wichtigsten, die energetische und geistige Arbeit ist am wichtigsten und dann kommt der Körper, ja, und wenn, 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 wenn die Leute wirklich anfangen dahin zu schauen und auf ihr Gefühl zu achten, was ihnen Energie kostet, was ihnen Energie bringt und auf ihr Herz zu hören, das, das klingt so leicht, aber das ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen Weg und wenn du die Abkürzung haben willst, dann suchst du dir genau in dem Bereich vielleicht die Bewusstseinsmentoren, die davon Ahnung haben, da gibt es nicht viele, es gibt viele, die auf Masse aufgehen, aber es gibt einige wenige, ja, so machen wir das mittlerweile, wir gehen nicht mehr auf Masse, wir gehen auf ganz wenige Kunden, die sich bei uns bewerben, die ein Jahresmentoring machen und danach nichts mehr brauchen, weil es geht so tief, dass du danach wirklich, du bist ready und du bleibst auch ready, das ist wirklich die Wahrheit, weil ich kenne das selber, ich war auch früher mal bei über 20 Heilern oder bei 1000 Seminaren und habe mich immer gewundert, wieso bin ich noch nicht gesund, wieso? Und dann war einer mal da und deshalb bin ich da 5 Jahre in dem Zentrum hingezogen und habe da gelebt und glaube, erstmal traut sich das fast keiner heutzutage, kannst ja mal fragen, wie viele Menschen du kennst, die sowas sich trauen, ich kenne immer noch keinen, der als 23-Jähriger sich sowas traut, weil da darf man sein komplettes Zuhause loslassen und alles auf eine Karte setzen und du weißt nicht, ob du da alt wirst, ob du jemals wieder nach Hause kommst und du weißt so, dass man dich da einfach hinziehen kann und aber das ist der Schlüssel und da war ein Mann, der seit 1970 diesen Weg schon geht. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, was ich von dem alles gelernt habe und ich habe jede Woche 1 zu 1 Gespräche mit dem gehabt. Ja, auf jeden Fall. Megaspannend, was du alles erzählst. Du hast gerade schon dieses Thema Herzensenergie, Herzensgefühl angesprochen und auch, dass das ganz, ganz viele Menschen in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr wahrnehmen, gar nicht mehr spüren. Hast du vielleicht einen Tipp dazu, wie man da wieder hinkommen kann, dass man merkt, was das eigene Herz einem sagt? Ja, geh zu den Leuten, wo die Energie schon da ist und bade so viel wie möglich in dieser Energie, in den Seminaren, in dem Mentoring. Das ist die Abkürzung. Alle anderen Sachen kannst du natürlich auch probieren. Es wird aber nicht dir die Tiefe geben. Ich sage es nochmal, ich mache das seit 16 Jahren. Ich habe über 1000 Menschen schon begleitet und es ist immer derselbe Ablauf. Du kannst 1000 Podcasts hören, sie werden was mit dir machen. Du kannst dich super vegan ernähren. Das wird was mit dir machen. Du kannst ein Dankbarkeitstagebuch rauf und runter schreiben. Du kannst Affirmationen sprechen, rauf und runter. Du kannst beten ohne Ende, rauf und runter. Aber es kann sein, dass sich eine Sache nicht verändert. Und zwar die wichtigste. Und das ist das, worum es wirklich geht. Das ist das, was ich empfehlen kann. Und die meisten Menschen, jetzt kommt das Wichtigste, weißt du, viele Menschen sagen zu mir, ich würde ja gerne, aber ich kann mir das nicht leisten. Und dann erzählen sie sich ihr ganzes Leben lang, ich kann mir das nicht leisten. Und der Glaube versetzt Berge. Erzähl dir ruhig jeden Tag, du kannst dir das nicht leisten. Erzählst dir jeden Tag. und guck mal zehn Jahre auf dein Bankkonto, was sich verändert. Mir braucht keiner erzählen, dass er kein Geld hat. Weil ich sag's nochmal, ich konnte mir nicht mal die Zähne putzen. So krank war ich. Ich war Frührentner, jahrelang Hartz-IV-Empfänger. Ich hatte einen Schwerbehindertenausweis. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, keine Zukunft zu haben. Und ich bin heutzutage Bestseller-Autor, bin mit den größten Leuten vernetzt, die es gibt auf dem Markt. Hab weltweit das erste Online-Bewusstseinszentrum gegründet, im Wert von über 40.000 Euro. Und zwar in Corona-Zeiten. Was sich die meisten überhaupt nicht trauen. Und ich kann dir eine Sache sagen, lieber Zuhörer, das Geld wird erst da sein, wenn du bereit bist, ja zu sagen, den Weg überhaupt zu gehen. Dann wird das Geld dir folgen. Und im Außen sieht es so aus, du hast zwar Minus auf dem Konto, aber es wird jemand da sein, der das Geld auf einmal hat. Oder es wird eine komische Situation da sein. Du bekribbelst jetzt gerade schon wieder. Die da sein wird. Außen nichts. Wie ein Wunder. Dann wird das Geld da sein. Aber es geht nicht ums Geld, liebe Lena. Es geht darum, ob du überhaupt dich entwickeln willst. Ja. Und das ist der Grund, warum wir aufgehört haben. Dazu kann man noch eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Ja. Ja, ich habe das ja auch erlebt. Aber das ist der Grund. Das ist der Grund. Ja. Ja, voll. Ich habe das ja auch erlebt. Ich habe in der Schule, ich glaube, wo war ich denn da, in der sechsten Klasse oder so, angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Hatte da natürlich auch nicht hunderttausende Euro für irgendwelche Kurse oder Seminare und habe trotzdem Wege gefunden. und du hast das ganz richtig formuliert. Es geht darum, ob man sich entwickeln will. Aber um nochmal auf dieses Thema Herzensenergie und das Wahrnehmen zurückzukommen, vielleicht so ein bisschen kritisch hinterfragt, wenn du sagst, okay, geh zu den Mentoren, wo die Energie da ist, dann entfernen wir uns ja wieder von uns selbst. Also meine Frage war eher, wie können die Menschen, wie können die Zuhörer ihre eigene Herzensstimme, wenn man es so nennen will, wieder fühlen? Was hilft dabei? Naja, die Frage ist erstmal, warum du sagst, man entfernt sich da. Das würde ich gerne mal wissen. Das muss ich dadurch beantworten. Also hast du schon mal die Erfahrung gesammelt? Ja, weil wir dann sehr bei anderen Menschen schauen und ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass als ich mich ganz, 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 ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und viele Kurse gemacht habe, Mentorings, Coachings, Podcasts gehört habe, dass ich dann noch teilweise die Herzensstimme von jemand anderem auf mich projiziert habe und dachte, ja, meine Stimme sagt mir jetzt, dass ich nach Bali auswandern muss oder dass ich ein Online-Business aufbauen muss oder dass ich, also es sind jetzt nur irgendwelche Beispiele, dass ich alles machen muss, aber es geht ja eher darum, die ganz eigene Herzensstimme zu finden und das, was man selbst möchte und vielleicht muss man ja da eher bei sich selbst anfangen, oder? Also ich, natürlich, aber das Problem ist ja, dass die meisten Menschen ja nicht wissen, wie es geht und du wolltest ja wissen, warum gibt es das alles von mir im Außen? Warum gibt es den Erfolgsweg? und ich sage es nochmal, den erfährst du nicht mit tausend Coachings oder Persönlichkeitsentwicklung, ich sage es nochmal, Persönlichkeitsentwicklung bleibt persönlich, ja, das bleibt im Kopf, das ist, das ist das, was ich vorhin versucht habe, dir und den Zuhörern zu beantworten, Persönlichkeitsentwicklung ist genau das Problem, aufhören damit, spirituelle Bewusstseinsarbeit machen, ist eine andere Liga, eine andere Welt, eine andere Tiefe und da erweckt sich das Herzensthema und das, ich sage es nochmal, das bekommst du nicht auf Social Media, das bekommst du auch nicht in spirituellen Räumen, ja, wo tausend Leute ein Workshop buchen für drei Stunden für 500 Euro, da bekommst du das auch nicht. Du bekommst es in speziellen Räumen, wo Leute viele Jahre einen ganz starken Weg schon gehen und da in diesen ich habe zum Beispiel in den Fünflern, in den Zentrum alles gelernt, weil da war, ich sage es nochmal, nur in anderen Worten, da war ein Mann, der 40 Jahre den Weg schon geht, der hatte sogar zur DDR-Zeit das erste Yoga-Zentrum, 1980 war das, der Mann bewegt alles und ich sage es, ich gebe dir ein Beispiel, warum, aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, das ist die Herangehensweise, du entfernst dich nur von dir selber, wenn du Menschen an deiner Seite hast, die keine Ahnung haben, weil wenn du fliegen willst, dann fragst du einen Adler, wie es geht und nicht einen Pinguin und ich will nicht sagen, du hast in dem Fall einen Pinguin gefragt, aber wenn du einen tiefen Menschen, wenn du in deren Energie badest, verändert sich alles und zwar sofort. Ich sage dir auch noch ein paar Beispiele, warum das stimmt, was ich sage. Es geht da nicht um Rechthaben, es geht um Erfahrung, weil es immer im Energiebereich, im spirituellen Energiebereich ist es immer derselbe Ablauf, weil es ist die Abkürzung. Ich habe mit zwei Katharsis-Seminaren in dem Zentrum, wo ich gewohnt habe, all meine Krankheiten geheilt und zwar alle. Zweimal vier Tage. Warum? Weil da noch mal, da war ein Mann, der seit 40 Jahren den Weg geht, der weiß, wie man Energien bewegt und der richtig Ahnung hat. Das war der Adler, der hat Ahnung vom Fliegen und ich war vorher bei vielen Menschen, die konnten nicht fliegen, haben aber so getan, als ob sie fliegen können. Das ist der Unterschied. Ja. Und deswegen haben so viele Menschen keine Ergebnisse, obwohl sie jeden Tag Podcast hören. Das ist der Unterschied, weil die Energie, die Tiefe reicht nicht. Es ist nicht tief genug. Es geht noch eine Stufe tiefer. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Wieso kommen Menschen zu uns scheinbar mit einem Problem im Außen und auf einmal und auf einmal kommt so eine große Trauer hoch von ganz, ganz früher, wo sich so viel löst innerhalb von wenigen Stunden und auf einmal explodiert. Und auf einmal explodiert ihr ganzes Business danach. Menschen kommen zu uns, liebe Lena, und sind nach einer Stunde schmerzfrei, weil wir wissen, wie wir Energien bewegen. Aber es bedarf vorher einer Entscheidung von der Seele, von der Persönlichkeit. Will ich die Abkürzung? Dann gehe ich einmal richtig tief rein in das Thema und verstehe die Bewusstseinswelt und Energiewelt oder höre ich mir zehn Jahre einen Podcast an. Wer billig kauft, kauft zweimal und Persönlichkeitsentwicklung bleibt persönlich. Es ist nicht tief genug. Ansonsten, liebe Lena, wäre jeder Dritte heutzutage in Social Media Millionär, weil es so viele Mentoren gibt. Und ich habe oft eine Umfrage gestellt und ich sage es nochmal. Als ich angefangen habe, bei Tobi Beck und so zu sein, ja, also in dem Podcast und so weiter habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die Umfragen stellen und so weiter, ja, also die Leute, die wirklich davon leben können, ja. Ich kenne auch mittlerweile viele spirituelle Millionäre, die Millionäre übrigens geworden sind in Corona-Zeiten, ja, und gerade, weil die Inflation da ist. Witzig, ne? Weil die beschäftigen sich mit Energien und die machen Umfragen von ihrer Community, weil da viele Coaches sind und stell dir vor, 90 Prozent von den Coaches, die alle auf Social Media sind, können nicht davon leben. Aber das Profil sieht sehr gut aus, ne? Und da muss hingeschaut werden, da muss, das ist mein, mein aller, aller wichtigster Punkt, ja. wenn du, wenn du, wenn du wirklich für dich alleine sein willst, dann bleib alleine, ja, schaff aber nicht so viele Ergebnisse, wenn du wirklich tief schauen willst und Mentoren sind keine Coaches, Mentoren geben dir die maximale Abkürzung im Spirituellen und du kannst innen alles auflösen dadurch und es ist wichtig, auch mal ins kalte Wasser zu springen und den Mut zu haben, ja. es ist, es ist wichtig, auch mal mutig zu sein, mal was zu riskieren und einen Abenteuergeist zu haben und nicht immer die sichere, kostenlose Pipeline zu nehmen, wo viele Pinguine sind, die gar nicht fliegen können, was ich, was ich seit 16 Jahren erfahre. Das ist der Grund, liebe Lena, warum ich heute alles wieder machen kann und meine Ergebnisse sind der Beweis, dass das, dass das stimmt, weil ich folge dem, was ich mache. Sonst hätte ich keine Ergebnisse. Danke dir für diese Einblicke. Wo möchtest du dich persönlich noch hin entwickeln? Also was hast du, wir haben jetzt ganz viel über deinen Erfolgsweg und die Dinge in der Vergangenheit gesprochen. Wo möchtest du zukünftig noch hin? Was sind Meilensteine? Wo willst du dich noch hin entwickeln? Was willst du erreichen? Also erreichen möchte ich nichts, weil das ist genau der Punkt, was uns alle kaputt macht. Also es geht nicht um Erreichen. Es geht wirklich nur um Bewusstseinsarbeit und um tiefe Erfahrungen und jeden Tag sich die Frage zu stellen, was ist, wenn alles möglich ist. Das ist, das ist der, das ist der, der wichtigste Punkt und die Frage stelle ich mir immer, weil es geht ja immer weiter im Leben, nicht höher, sondern tiefer. Und ich möchte, was ich fühle aktuell, es kann ja nächstes Jahr anders sein, aber ich möchte und fühle sehr gerne, dass ich so viel Fülle erschaffen möchte, dass ich davon was zurückgebe. Und zwar eine Menge. In den Ländern, wo nichts ist, wie in Afrika, da möchte ich gerne in Zukunft Schulen bauen. Bin auch schon bei den ersten Projekten dabei. Und ich möchte so vermögend werden, dass wirklich, dass da noch viel mehr möglich ist, dass diese Menschen, die da sind, weil ich weiß, da sind ganz viele seelische Talente, die in Orten groß werden, wo alle drei Sekunden ein Mensch stirbt, weil er nichts zu essen hat. Ja, und mach dir das auch mal bewusst, lieber Zuhörer, wie gut du es hast. Geh mal da in die Dankbarkeit und guck mal wirklich, wie es anderen geht. Alle drei Sekunden stirbt ein Mensch, weil er nichts zu essen hat. Und wir in Deutschland sind unzufrieden, weil vielleicht keine Ahnung, das Handy gerade kaputt ist, weißt du, oder das Wetter nicht gut ist. Aber in diesen Ländern ist aus meiner Sicht eine Verpflichtung da, für mich persönlich, da was zurückzugeben, weil es macht keinen Sinn, 1.000 Ferraris zu haben oder große Luxuswillen. Das kann man alles haben, soll man alles haben. Es ist aber wichtig, aus meiner Sicht, das im gleichen Weg zu sein, auch noch energetisch was zurückzugeben. bei den Leuten, die nicht mal die Chance haben, Lese und Schreiben zu lernen. Ja, die haben nicht mal die Chance. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, da mehr zu machen, in diesen wirklichen Ländern, weil die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und da möchte ich gerne mehr in Zukunft machen. Und ich möchte noch mehr, jetzt fängt jetzt schon gut an, aber noch mehr große Lieder begleiten. Also Menschen, Frauen und Männer, die große Lieder werden wollen. Ja, die möchte ich noch mehr begleiten. Große Unternehmer und die, die spüren, da ist ein Ruf in mir, wo ich wirklich weiß, ey, da ist so viel mehr drin, aber ich komme da und da echt nicht weiter. Und ich habe da eine Vision und ich brauche da jemanden an der Hand, der das schon lebt. Ja, der das beschleunigen kann. Und da, ich möchte sehr, sehr große Lieder unterstützen. Ja, und die unterstützen denn sich selber und haben ihr eigenes Business und so hat global gesehen ein wunderbarer Energiekreislauf angefangen. Ja, wo neues Bewusstsein entsteht. Für die Leute, die sich auf die neue Energie einlassen. Die, die sich nicht darauf einlassen, die haben echt Probleme in Zukunft. Das ist wirklich so. Ja, wunderbar. Das waren doch richtig schöne Abschlussworte. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Energie, die du hier reingegeben hast. Wenn du magst, erzähl noch kurz, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer sagt, Mensch, der Robert, der macht aber spannendes Zeug. Davon will ich mehr erfahren. Vielen Dank erstmal. Das ist ganz einfach. Ich bin auch viel auf Instagram aktiv oder Facebook. Einfach robert-loechelt eingeben auf Instagram oder robert-loechelt mit ö auf Facebook. ansonsten auch auf meiner Website. Da findet man eine ganze Menge. www.robert-loechelt.com Da findet man auch alles über die Sachen, die wir machen. Und da einfach eine E-Mail schreiben. Das ist auch der einfachste Weg, falls jemand nicht in den anderen Social Medias aktiv sein möchte. Wunderbar. Ich danke dir, Robert. Danke dir auch. Und danke an alle Zuhörer, die bis hierhin zugehört haben. Und hört euch die Folge wirklich mehrmals an. Das macht was mit euch. Das macht was mit euch.